Herzlich willkommen bei DWS Online. Ich bin Stefan Krivelin und ich empfehle Ihnen das Seminar Neues aus der Umsatzsteuer. Hier im Teil 1 die Gesetzesänderungen, die jetzt zum Jahreswechsel 1.1.2021 in Kraft treten. Wie in den Vorjahren haben wir ein sehr umfangreiches Jahressteuergesetz und da sind wieder viele umsatzsteuerliche Änderungen drin, die Sie alle im Detail kennen sollten und die stellen wir Ihnen in dem Seminar anhand von Beispielen ganz ausführlich jegliche Änderung der Gesetzesvorschriften zum Jahreswechsel vor. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich das Seminar ansehen. Vielen Dank.